Ach, läuft schon? Hey, was geht denn ab? Sorry, hab ich gar nicht mitbekommen. Erstmal ein Stück von meinem Blue Water. Was geht ab, Freunde? Wie geht's euch? Na, alles klar, ihr mich vermisst? Ja, ich tue euch doch auch, ja. Mit einem kleinen Sprachfehler. Auf jeden Fall. Ja, ist ungewohnt, ne? Ja, hör mal, wie lange ist es denn her, dass wir hier auf dem Kanal nicht aktiv waren? Ja, Freunde, ihr habt das Ganze mitbekommen, ne? Wir sind auf jeden Fall zurück. Wir haben abgeschlossen mit dem Thema, das müssen wir alle irgendwann, ne? Ja, das Leben geht weiter. Vor allem die Arbeit geht weiter. Ich hab's wirklich sehr, sehr vermisst. Die letzten Tage waren wirklich sehr, sehr leer. Dieses, ja, ich sag mal, keine Arbeit haben. Einfach in den Tag zu starten und, äh, mit dem Gewissen so, dass man nix tun muss, so. Das war schon wirklich sehr, sehr komisch für mich, weil ich daran gewohnt bin, jeden Tag zu arbeiten, ne? Sei es im Laden, sei es hier im Studio Videos zu drehen. Hab's wirklich sehr vermisst. Ähm, ich hoffe, ihr habt mich vermisst. Ich hab euch auch vermisst. Ja, heute fangen wir an mit der, äh, ersten Reaction und zwar reagieren wir auf die Gene Doys, auf das Video Luisas Traumauto. Ja, vor zwei Tagen rausgekommen. Ähm, ja, danach schau ich mal, reagieren wir noch auf die letzten Videos, ne? Das, was ich so verpasst habe. Aber jetzt erstmal das hier, for the beginning, in dem Sinne, Freunde, let's go. Ups, was mach ich da? Ja, da muss man wieder, ne? Da muss man ein bisschen wieder reinkommen. Amerika, Amerika, der Reifen ist einfach platt. Wir wissen nicht warum. Ist einfach traurig. Ist nicht traurig. Walda ist nicht traurig. Kann passieren. Aber wir dürfen nicht negativ sein. Das ist eine Prüfung. Eine Prüfung, bevor es ins neue Jahr geht. Denken wir negativ oder positiv? Das ist nur Blech. Hauptsache, wir sind gesund. Bist du gesund? Ja. Ist Imani gesund? Ja. Fertig. Das ist das Wichtigste. Scheiß auf diesen Reifen. Walda. Wir müssen positiv sein. Aber falls es jemand war, ich. Ich wollte es gerade sagen. Mashallah, Bruder. Amerika, Amerika. In zwei Minuten ist es soweit. Wie war dein Jahr 2021? Sehr schön. Vieles Schönes passiert. Gab es auch schwere Tage. Aber es war mein schönstes Jahr, weil ich Imani bekommen habe. Dieses Jahr werde ich nie vergessen. Ich werde auf jeden Fall Sport durchziehen. Dann werde ich ordentlich... Luisa, ich will auch noch was sagen. Es ist 23,59 Mal. Auf jeden Fall nehme ich mir ein paar Sachen vor. In dem Sinne, ihr mal in die Kommentare schreiben. Wie war das Jahr 2021 für euch? Positiv? Negativ? Was ist euch so vorgefallen? War das ein gutes oder schlechtes Jahr? Was habt ihr euch vorgenommen fürs neue Jahr 2022? Die werde ich auf jeden Fall durchziehen. Ich habe jetzt auch schon ein Heft. Ich sage dir, es ist nur eine Minute und du redest von einem Heft. Okay, es ist nur Leandro, Happy New Year. Es ist eine Minute und du redest noch von einem Heft. Happy New Year. Das Erste, was wir machen jetzt, Luisa, schlafen. Wir sind erwachsene Leute. Wir sind jetzt Baba und Mama. Oh, falsche Lampe. Das ist ein Zeichen. Lass feiern gehen. Wenn das Leben dich runterdrücken will wie dein Reifen, musst du einfach wieder hochdrücken. Nee, Mann, der verliert richtig Luft. Ja, macht keinen Sinn. Man hört es. Macht keinen Sinn. Macht keinen Sinn, macht keinen Sinn. Ja, Mila? Aber bist du da? Wallah, Mila. Sorry, mein Reifen ist platt, ja? Ich muss umdrehen. Ich muss nach Hause, Mila. Nicht da mehr. Wallah, Wallah, mein Reifen ist platt. Ich gucke, dass ich dich irgendwie anders abhole, okay? Ich erkläre euch den Plan. Das gehört auch zum Jahr 2022. Wenn ein Plan nicht funktioniert, nicht traurig, nicht negativ, direkt einen neuen Plan machen. Mila wird gerade hierher transportiert. Mein Trainer holt uns gerade ab und am Ende wird der Plan sogar noch besser durchget... Was wird transportiert? Hierher hab ich nicht ganz zu finden. ...zogen, als er eigentlich war. Weil jetzt haben wir einen kleinen Spaziergang mit Imani. Seht ihr, egal was für Pläne man macht, Gott ist der beste Planer. Sei mal ehrlich, was bin ich für ein Poet, ja? Die Straße ist gerade, aber könnte auch schwer sein, aber zieh durch, Bruder. Poet, Poet. Leben muss nicht immer hart sein, sondern muss smart sein. Deswegen schieben ist klüger als tragen. Ja, Mann. Hart, smart, weißt du? Liebe ist auch wichtig. Für die beiden auch. Wer ist damals geboren? Loka Nada von Goethe, sein Vater. Ey, boah. Kennst du das Lied? Welches? Ich hab ab und boten. Natürlich kenn ich das. Sub-Ups boten. Wer kennt das nicht? Blüne Augenbrunnen locken. Kennst du das Lied? Tienz, rocken. Sub-Ups, komm in the range. Ich kann den Text mal wieder nicht. Ey, boah. Wir sind auf, wo ist der Platz? Ich hab meine Trainer dabei. Einmal Luisa International. Und einmal Mila International. Juhu. Vogelkacke. Nein, ich hab passen. Ich hab passen. Mila, das bringt Glück. Warte, warte. Luisa, pass mal auf Emanja. Sie ist gerade im Flugmodus. Für heute hab ich natürlich etwas vorbereitet. Ich zeig euch mal, was ich aufgebaut hab. So sieht das ungefähr aus. Ich muss noch ein bisschen weiter arbeiten. Das ist für die Kondition. Fußballspiel heißt gleich sehr viel Rennen. Hast du Kondition? Keine Ahnung, was ich da tue. Ey, boah. Training beginnt. Ankara Messi, Ankara Messi. Erstmal Bein hoch. Ja, Kondition ist so eine Sache, ne? Auch leider sehr, sehr negativ bei mir. Ich würde mal sagen, ein paar Mal jonglieren. Professionell für die Kamera. Heiua. In dieses Tor bitte, okay? Tor, Tor. Zup. Dieser Moment, wenn man mit seinen kleinen Cousinen oder keine Ahnung, oder sogar wenn man mit Hunden spielt und die dann aussiegt, wenn man sich wie Ronaldo fühlt. Kennt ihr das? Immer dann übertreibt man so, wenn man will, den Ball gar nicht abgeben, nur am Fummel. Ja, Mila. Ich bin den richtigen Pass, Mann. Du falscher Fummi. Du falscher Fummi. Ja, Mila. Super, das ist mein Mann. Dem Reifen geht es gar nicht gut. Dem Reifen geht es nicht gut. Wir müssen jetzt einen Abschlepper rufen. Wir haben das noch nie gemacht. Uns wurde gesagt, im Auto gibt es einen roten Knopf. So, Not auf der Feuerwehr. Hallo? Not auf Feuerwehr. Nee, nee, da bin ich falsch. Was ist? Da bin ich falsch. Hallo? Ja, sehr lange, ich bin falsch bei dir. Brauchen Sie Hilfe? Nein. Ich habe einen Knopf in mein Auto gedrückt, weil ich dachte, der Abschlepper kommt, Cousin. Ich brauche keine Hilfe. Hier muss ich anrufen. So dunkel. Hey, boah. Hallo, meine Damen und Herren. In der Szene Grase sind wir... Den Knopf habe ich auch, aber Gott sei Dank muss ich den noch nie betätigen. Wir sind durch die Garage gefahren, in Schneckentempo, um besseren Empfang zu haben. Wir haben die Garage nicht verlassen. Bitte nicht Jugendamt anrufen. Dankeschön. Hey, boah. So, Leute, mein Reifen kommt jetzt ab und der kommt ran. Wenn du Hilfe brauchst, sagst du Bescheid. Meine Frau ist ganz gut in sowas. Der Wagen muss angehoben werden, ne? Soll ich? Ich kann anheben, wenn du willst. Obwohl, nee, du hast Wagenheber. Mach du das mal. Starke Leistung. Jetzt kommt der neue Reifen drauf. Das ist der Unterschied? Ja. Mein Reifen und der Ersatzreifen. Ja. Two days later, my ladies and gentlemen. Amerika, Amerika. Wir holen unseren Wagen ab. Es ist soweit. Wir müssen jetzt aber noch kurz warten. Luisa, wir machen jetzt eine Runde und du sagst mir, was dein Traumwagen ist, okay? Guck mal, dieses Auto fliegt einfach. Gell? Was ist denn euer Traumauto, Freunde? Einmal in die Kommentare schreiben. Das ist klasse. Auch sehr schön. Ich glaube, Luisa will so einen kleineren Wagen, so einen praktischeren. So ein Coupé vielleicht. Obwohl, so eine Limousine, aber höchstens E-Klasse. Ich glaube, auch kein SUV. Ja, so in die Richtung. Vielleicht auch so ein ZLA? Nee. Vielleicht so ein... Nein, man weiß es nicht. Sehr schön. Bin ich mal gespannt. ZLS hatten wir ja auch. Auch eines der schönsten Autos, die ich gefahren bin. Wirklich sehr, sehr gemütlich. Also macht man gar nichts falsch mit einem ZLS. Krankestes Auto. Ah, vielleicht so... Obwohl. A-Klasse nicht. E-53. Allah, krass. Habe ich gesagt. Wenn dann eine E-Klasse. So höchstens. Ich habe zwar keinen Führerschein, weil ich zu faul bin, einen zu machen. Ich wollte ja auch eigentlich, wo ich den C-63 S geholt habe, wollte ich eigentlich den E-53 als Cabrio holen. Den hatten wir auch zusammengestellt. Da wollte ich einen mit so... Man kann die Farbe nicht beschreiben. So ein schönes Silber-Grau. Man kann die Farbe... Ich weiß nicht mal, wie die hieß. War eine kranke Farbe. Da hatte ich so 20 Zoll Felgen in schwarz. Rotes Cabrio-Dach. Schwarze Felgen, ne? Rote Bremssettel. Innen drin dieses helle Beige. Komplett überall. Also das war wirklich ein sehr, sehr schönes Auto. Dann doch umentschieden, ne? Limousine genommen, hin und her. So, aber... War ich kurz noch vor, zu holen. Ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr nice Auto. Und gerade nicht so viel Zeit habe. Aber wenn ich meinen Führerschein habe, ist das mein Traumwagen. Ach, der hat keinen Führerschein, krass. Und innen muss Beige-Ausstattung sein. Warum ist das dein Traumwagen? Weil es unser altes Auto ist. Das ist aber nur noch mit AMG. Wir hatten kein AMG, wir hatten nur AMG-Design. Egal. Kann auch ohne AMG sein. Ich veröffne unser Auto zurück. An den, der unser Auto gekauft hat. Gib den Wagen zurück, Mann. Wir kaufen dir wieder ab, Bruder, aber gib einfach. Wallah, wir vermissen den, diese Beige-Sitze. Es war so eine schöne Zeit. Überleg mal, wie viele Momente man zusammen erlebt hat. Der Hit Mila Time ist in diesem Auto entstanden. Könnt ihr euch noch erinnern? Ich fand ja auch dieses Auto besser. Also hat den besser gestanden. Warum? Einfach nur wegen der Innenausstattung. Weil es komplett beige war. Somit sind ihre Videos immer heller gewesen. Und das plackert dann nicht so. In dem neuen Auto ist alles so dunkel. Du erkennst die Menschen schlechter. Qualität ist schlechter. Von der Kamera Licht ist weniger. Jetzt vor allem sowieso im Winter wird schnell dunkel. Das war das einzige Problem, dass sie jetzt von welcher Entstattung auf dunkle Entstattung gewechselt haben. Es ist der Song. Luisa ist dabei. Es ist Mila Time. Und Mila ist dabei. Jetzt im Nachhinein denke ich mir, wie konnten wir diesen Wagen abgeben, Mann. Ja, warte. Ach, ach, ach. Wallah, we miss you, Bruder. We miss you. Hey, warte. Der Moment, der Moment ist wieder weg. Wo ist die Kamera? Wo bist du? Hey, nur der kommt aus solchen Liedern, ne? Wer kennt noch dieses Lied? Ich suche. Also wer dieses Lied nicht kennt, ich glaube, der ist einfach zu jung. Ja, wir haben das vorher auf Ernst gepumpt, ne? Ich. Oh. Warte mal, ist das Mercedes-Carager oder was? Mo Benzala, Digga. Ja, ne? Oh, geiles Kennzeichen. Wo sieht man hier? 7, 7, 7, 7. Mh, frisch gewaschen. Ja. Tschüss. Die Karre ist on fire. Süßüßü. Die Karre ist on fire. Hör auf zu singen, nicht, dass wirklich die Karre brennt, Mann. Um Feuer. Du musst was Schönes sagen. Die Karre ist repariert. Die Karre ist repariert. Scheiße. Die Karre ist repariert. Die Karre ist repariert. Ich weiß gerade auch nicht, warum ich Bock auf Bohnen hab, aber ich hab einfach Bock, Digga. In dem Sinne, sag Digga. Warum müssen wir für Sie einen Koffer kaufen? Ist es dein Ernst, Nedel? Ich muss Windeln mitnehmen, Vollstühltücher, für Imani so viele andere Sachen. Wir verreisen für 10 Tage. Ach so, das haben wir noch gar nicht gesagt. Leute, wir verreisen nächste Woche in die Türkei. Ist kein Urlaub, sondern ist Trainingslager. Halt die Kamera nicht so in meine Fresse, ich werd nervös, Mann. Okay, streng schon. Ist Trainingslager mit der Mannschaft und schon mein Perlimit. Also für mich ist Urlaub. Ich hasse dieses Gefühl. Egal. Mein Trizepsübung. Leute, kennt ihr dieses Gefühl? Schlimm. Du denkst, fährt, fährt nicht. Deine Beine werden einfach schwer. Ich hasse das. Koffer kommt in den Kofferraum. Musst du noch was kaufen? Eigentlich nicht. Also können wir nach Hause? Nein, ich will noch einen Kaffee. Kaffee, Starbucks, White, Chocolate, Mokka, White, Chocolate, Mokka. So Leute, wir sind im Gym. Wir unterstützen jetzt Luisa. Warum unterstützen? Es ist so, Luisa fühlt sich in ihrem Körper nach der Schwangerschaft nicht wohl. Obwohl wir beide ihr schon gesagt haben, dass wir ihren Körper schön finden. Ihr Körper ist perfekt so, wie er ist. Trotzdem hat sie den Wunsch, körperlich einfach fitter zu sein. Deshalb unterstützen wir sie. Weil wenn sie sich in ihrer Haut wohlfühlt, wird es ihr gut gehen. Und das ist das Wichtigste. Ihr wisst Bescheid. Bist du bereit? Ja. Was findest du heute? Eine. Warum willst du fliegen? Was ist los mit dir? Wallah, sie hat türkische Airlines-Übungen gemacht. Das ist für eine Übung, ja. Ja, man. Auf jeden Fall. Eure Frau supporten, Leute. Das ist sehr, sehr wichtig. Wallah. Ihr wisst Bescheid. Eine. Bescheid, Support ist kein Mord. Wir unterstützen Luisa. Alles klar, Manni. Was machst du jetzt für eine Übung? Headcrust. Okay, dann viel Spaß, weil der Headcrust. Nehmen wir auseinander. Debré ist eingeschlafen. Rata. Ab nach Hause. Wie war Training für dich? Richtig gut. Ohne mich würde ich es nicht schaffen, Manni. Ohne mich würde ich es nicht schaffen. Würdest du es schaffen? Ich bin nur ein bisschen Unterstützung. Wie ein Baum, der fast umfällt. Und ich bin wie ein Mensch, der noch ein bisschen diesen Baum hält. Was redest du da für eine Scheiße? Lass uns nach Hause gehen, Mann. Ich habe Hunger. Hä, wie nach Hause? Waren sie nicht zu Hause? So aus wie deren Wohnung. Wir haben nicht gestorben. Wir haben nicht zu Hause. Wir haben nicht zu Hause. Er hat eingeschlafen. was 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 ist das die Augenfarbe von Imani das sieht man so in den Videos sonst nie Maschallah, einfach knallblau Allah krank, Maschallah, heftig sehr schön okay, das war's mit der Reaction auf die Jindow ich hoffe es hat euch gefallen schreibt gerne mal in die Kommentare, welche Videos ich verpasst habe worauf ich noch reagieren soll, was ich morgen hochladen soll, in dem Sinne, danke fürs Einschalten wir sehen uns morgen wieder, ich hoffe pünktlich haut rein, ciao, ciao